Willkommen zurück bei Jurassic World Evolution. Wir genießen mal die schöne Musik bevor wir wieder im Spiel landen. Und wir haben ja grobse Pläne, einiges zu tun. Wir haben unser erstes Gehege für die Carnivores, für die Fleischresser gebaut. Da haben wir zwei, wo sind sie denn? Da. Zwei Ceratosaurien drin. Und ich überlege, was ich jetzt damit noch kombinieren kann mit den Ceratosaurien. Vielleicht sollte ich aber vor eine ACU bauen, damit das nicht zu gefährlich wird. Oder ich mache die Mission und baue hier Expedition Center vor allem. Fangen wir doch damit an. Fangen wir doch damit an. Da unten soll es eigentlich alles ganz gut laufen. Die Ceratosaurier, so gefährlich sie aussehen, wenn die zufrieden sind, machen die eigentlich nichts. Im Gegensatz, solche Filme wie die zu den Raptoren. Die Raptoren haben ganz schön Stress gemacht. Da brauchte ich unbedingt einen Stromzaun. Aber die, wenn die zufrieden sind, die sitzen da drin und machen ihn fressen und alles ist gut. Von daher lasse ich die hier mal einfach. Dann bauen wir doch jetzt hier Baumeitast. Ich gucke gerade noch mal die Map an. Hier oben kann ich eh nicht viel machen, wenn der Weg da dann geht. Kann ich unten hier ein Gehege bauen. Das richtige, größere Gehege wäre eher hier. Hier ist ja nicht viel zu machen. Das ist alles zu begrenzt. Das heißt, ich baue ein paar Verwaltungsgebäude hier. Zum Beispiel ein Expedition Center. Okay, warum geht das hier nicht? Okay, hier geht es. Und wir bauen eine Substation. Guck, ich kann mal echt nicht viel anderes bauen. Ich dachte, jetzt kann ich hier direkt noch daneben was bauen. Geht aber gar nicht wirklich. Könnte ich vielleicht hier noch ein Fossil Center daneben bauen. Wo ist denn das Fossil Center da? Hä? Ich baue gerade Expedition Center. Okay, ich wollte nur checken. Nicht der ich aus Zeugnis baue. Also Fossil Center. Okay, brauchen wir mal die Sachen. Wir haben ja gerade genug Geld. Wir machen jetzt mal die wichtigen Sachen. Was haben wir? Research Center. Brauchen wir auch. ACU brauchen wir. Ich versuche jetzt mal alles hier hinzubauen. Bauen wir ein ACU hier hin. Und das braucht man noch so. Ranger haben wir. Research. Und noch ein Research Center hier hin. Ich werde auch gleich noch eine Power Station brauchen wahrscheinlich. Medium Power Station. Dann bauen wir die mal so hin. Ups. Okay. Dann schieße ich jetzt gleich alles an. Erst mal die Wege bauen. Können wir uns alles ganz gut leisten gerade. Von daher bauen wir das einfach alles mal. Takano ist das. Ich habe gefragt, wie ich hinsehe. Das ist Takano, ja. Die dritte, ne? Ich glaube, ja. Und jetzt müssen wir das noch mit Strom verbinden. Das zeigt ja eigentlich hier an, dass es noch kein Power Output hat. Wir warten mal kurz, bis das fertig ist. Kommen gerade eine Menge neue Leute in den Chat, in den Twitch-Chat. Schön, dass ihr da seid. Hi. Muss ich das mit dem Pylon verbinden? Guck mal gleich mal. Ich warte mal, bis das fertig ist. So lange dauert das ja nicht mehr. Dann können wir die Expeditionen losschicken. Die dritte sind jetzt echt schön. Die gefällt mir. So vom ganzen Aufbau. Die ist sehr, sehr nett. Wie lange wird denn an der Scheiß Kraft weggebaut? Schneller! Ach, es ist gerade Pause bei Spanien-Portugal. Ich dachte gerade, es kommen plötzlich auf einmal so viele Leute rein, so. Deswegen. Weil die Leute plötzlich kein Fußball mehr gucken. Verstehe. Ich verbinde das trotzdem mit dem restlichen Netz mal auch noch. Kein Ding, Mädchen. Okay, weil Fußball ist gerade Pause. So, dann bauen wir mal hier ganz an der Grenze lang. Dann sieht es nämlich nicht so blöd aus. So, und einfach hier rüber. So. Dann kann ich mich hier die restliche Insel mit versorgen. So, und dann nutzen wir die Sachen mal jetzt. Complete Expedition. Research Gun machen. Expedition Center. ACU ist hier. Okay. Fangen wir mit der Expedition an. Haben wir jetzt bestimmt neue Punkte freigeschaltet. Oh. Auch viele von den Alten. Prachiosaurus. Alter, jetzt kommen die ganzen guten Saurier langsam mal. Velociraptor. Was haben wir hier noch? Galimius. Parasuf. Das sind ja voll viele, die sind nicht Zintausaurus. Wollen wir noch? Prachiosaurus. Cool. Mayasaurus. So ein Prachiosaurus wäre schon was. Was können wir Neues erforschen? Oh, eine Menge. Das möchte ich mal wegklicken. Komisch, dass dann trotzdem New steht, obwohl da gar nichts Neues ist. Seltsam. Items. Was können wir erforschen? Bowling Alley. Building Upgrades. Research Team Charlie. Separate Projects wäre das auch nicht so wichtig. Das ist ein bisschen billig. Was haben wir hier noch? Fossils and Minerals. Das ist mal Geld. Machen wir das mal. Und dann können wir mal Medical Treatment und Genetic Research machen. Geil. Jetzt kommen langsam die richtig spannenden Saurier. Sehr, sehr cool. Das ist in der Tat mal sehr, sehr cool. Oh, noch ein schöner Regenbogen. Ein Regen-Regenbogen. Ein Regen-Regen. So, was wollen wir jetzt noch? Hier haben wir Expedition ist auf dem Weg. ACU brauchen wir nicht. Fossil-Sender-Braunner-Research ist dabei. Läuft. Geld kommt rein. Uns geht's gut. So, ganz kurz nach den Saurien hier vorne schauen. Nach den Ceratosaurus-Saurien. Geht's denen gut? Hungry. Ja, das reicht mir nicht aus mit dem Lifebait. Aber mancher spinnt das, habe ich das Gefühl. Ich baue nochmal einen Lifebait und einen Carnivore-Feeder einfach mal mit so rein. Dann haben wir beides irgendwie. Wenn er hungrig ist, das wird ein bisschen gefährlich sonst. Dick-Team-Charlie. Dick-Team-Charlie. Das könnte ja irgendwie auch so eine Pornoproduktionsformer sein. Wie klappt das jetzt? Kann ich jetzt irgendwo ein Dick-Team hinschicken? Oder wie ist das? Tyrannosaurus-Rex. Ist bekloppt. Ist das French-Formation? Oh, da kommt dann die Spannenden. Oh, das ist aufregend. Was haben wir hier gefunden? Brachiosaurus. Das stimmt. Wir können mal einen neuen Auftrag an Land ziehen. Einen neuen Contract. Von der Science Division. Da wollen wir gerade vorwärts gehen. Zwei Minuten. Kein Guest-Death bei Carnivore. Das schaffen wir wohl. Dann bleiben wir mal dabei. Oh, hier. Jetzt aber auch jetzt hier richtig Andrang. Ist ja auch logisch. Ich habe diesen Gig aufgeschaut. Du solltest auch. Facility-Rating fünf Sterne. Dann haben wir das nicht mehr. Okay Capacity. Wollen wir noch ein Hotel? Ziffig. Fun-Rating fehlt. Bisschen Fun und Food fehlt. Und Shopping. Wir müssen ja immer ein bisschen gucken, was da noch ist. So was. Die Ansprüche wachsen an die Insel. Na cool, cool, cool. Die Insel läuft. Die gefällt mir. Sonst alles okay. Ranger Team. Kann mal hier ein bisschen. Die Feeder. Das kann ja nicht schaden. Ist aber auch schon cool, wie die Jeeps dann immer da reinfahren. Thorosaurus. Ah, Tyrannosaurus Rex. Scheiß die Wand an. Ja, geht langsam steil. So schnell kann man die mir gar nicht wieder losschicken. Das ist irgendwie auch ein bisschen. Wenn man jetzt mehrere Teams hat. Passt eine Research, die ein bisschen zu viel war. Ehrlich gesagt. Noch ein Team. Ne, lass mal. Machen wir das, was sie nicht krank werden. Influenza. Das ist immer gefährlich. Oh. E. coli sind aber auch gefährlich. Muss ja alles ein bisschen rausfinden. Da müssen wir dran arbeiten. Ein zweites Research Team. Das war es doch eher. Das wäre eher auch nicht so schlecht. Obwohl, so wichtig ist auch nicht. So zeitkritisch ist das meistens gar nicht. Hier hinten. Das sieht richtig aus. Das könnte es für Brachiosaurier geeignet sein, finde ich. Nice. Das mache ich. Brachiosaurier kommen auf jeden Fall. Und dann hier, vielleicht hier eher, dann der T-Rex. Ja, das passt irgendwie so. Landschaftlich gesehen, finde ich auch. Ah. Das wird spannend. Und nicht genug Capacity. Was denn hier los? Kann ich das Hotel nicht ein bisschen upgraden? Park Overcrowding. 31%. What the fucking hell. Noch ein Hotel? Wo setze ich denn das hin? Ich bin hier zum Bauen. Hier ein Gehege passt eh nicht. Ich will hier noch ein paar Sachen bauen. Boah, ich habe noch ein Hotel hier hin. Kenne ich nichts? Influenza-Virus. Na dann. Gleich dies nächste. Go, go, go. Go, go. Go, go. Alles hier rausfinden. Brachiosaurus. Yes. Brachiosaurus wird immer weiter. Und dann sollte ich mal... So, mal ganz kurz gucken, ob das hier alles gut läuft. Ich glaube, die sind alle ganz zufrieden. Wie sieht es vom Dinosaur-Rating aus? Zwei Variety Penalties. Echt nicht. Ist denen wieder natürlich nicht genug Abwechslung. Ich hätte ein bisschen überlegt, ob ich mit denen was zusammen reintun kann. Medium-sized feral pods. Large amount of meat from any source. They are normally solitary, but can exist in small social groups alongside a modest number of dinosaurs from other species. Die Frage ist, ob die sich mit irgendeinem anderen Fleischresse vertragen. Ob ich die Ankylosaurie reintun kann? Ich probiere es mal. Dass ich hier einen Ankylosaurie reinlasse. Wir könnten zu groß sein und gefährlich werden. Aber mein Gott, probieren wir es halt aus. Ragemeiß fragt, ob ich bei den anderen Karten fünf Sterne an alle Missionen erfüllt habe. Nö. Nur so die Sachen, wo ich die Rewards wollte. Isla Penna schon freigeschaltet. Krass. Das gucke ich mir jetzt nicht direkt an. Narrow Island. Oh, this place is Isla Penna. If an Island could have attitude, then this little chunk of volcanic rock takes the cake. Narrow Island. Okay. Tight space, constraints. Reinforced enclosures. Use concrete fence. Für giant predators. Expensive power generation. Okay, ist halt teuer. Na, das kommt noch. Weil ich möchte hier noch einige Sachen erfüllen. Was möchte ich hier noch freischalten? Die Arcade auf jeden Fall. Cosmetic Enhancements auch noch. Und hier gibt es noch ein paar Accuracy Sachen. Das ist aber sonst auch. Die Insel gefällt mir auch einfach vom, muss ich mal sagen, so vom Aufbau. Die ist eine schöne Insel hier. Wir gucken mit dem Ankylosaurus. Ah, Ankylosaurus. Ankylosaurus. Sag ich immer, ist das Ankylosaurus. Das habe ich früher auch mal schon falsch gesagt. Nee, das wollte ich gar nicht. Oh, sind wir noch unterwegs. So, das Hotel wird auch gebaut. Gucken wir mal ganz kurz nach dem Rating. Wir müssen hier ein bisschen Food Rating und Fun und Shopping. Das gucke ich mir gleich mal an. Das ist wahrscheinlich hier dann an der Stelle ein bisschen vonnöten, obwohl es ja nicht so weit weg ist. Das sehen wir noch. Brachiosaurus, Hinder und Tyrannosaurus. Was haben wir gefunden? Tyrannosaurus. Nice. Auch noch richtig hochqualitativ. Im Bernstein. Brachiosaurus auch sehr gut. Sehr schön. Läuft. So, dann würde ich doch einfach mal ein Management View machen und gucken wir mal kurz. Food. Ey, komm. Weil hier keine zwei Meter darüber gehen könnte. Oder ist das hier nicht... Gucken wir mal. Ach, deswegen vielleicht. Na gut. Alter. 1200 Leute. Ernsthaft? Krass. Okay, wir brauchen einfach noch... noch was. Das Rest so... Alter. Wie viele Leute haben wir denn im Park? Ist ja voll krass. 3100? Okay. Dann, ähm... Kommt halt noch was hin. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, Leute, dass ihr alle Hunger habt. Restaurant haben wir. Dann gibt es halt noch ein Fastfood, ne? Gucken wir mal ganz kurz auf das Rating. Food. Oh, wir sind knapp dran. Food and Drink. Fast reicht es aus. Aber noch nicht ganz. Weil ich jetzt Hotels hier gebaut habe. Oh, wir haben ja noch eine Bar. Die könnte ich jetzt noch ein bisschen hoch... So, mit dem Ankylosaurus können wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert hier. Oh, das läuft aber richtig gut jetzt hier. Der sieht aber auch extrem cool aus, der Ankylosaurus. Muss man schon mal sagen. Mal gucken, wie er mit dem Ceratosaurus fertig wird. Ganz kurz, während wir zugucken, wollen wir schon mal wieder neue Dick-Teams losschicken. So, ich muss jetzt den Ankylosaurus... Das muss ich mir mal angucken, ob das gut geht. Wo ist er? Da ist er. Also mit den Raptoren ging es. Bei dem bin ich ja nicht ganz sicher. Die könnten halt schon denken, dass das eine Beute ist. Die Raptoren hatten zu viel Respekt für den Ankylosaurus. Die könnten... Ja, der guckt ziemlich kritisch. Oh. Ich glaube, die kämpfen. Die sind zu groß. Ja. Der halt drauf geht. Oh, da kämpft ein Ankylosaurus mit. Wow. Also wenn er die halt trifft mit dem Schanz. Mit dem... Das ist echt hart. Aber ja, es wird nichts mit Ankylosaurus. Oh, das war's. Oh, das war's. Ich schicke mal ein Ranger-Team rüber, was den hochheilt. Okay. Professionale Wien hat 20 Bit gespendet, dass sie kämpfen. Äh, dass sie kämpfen. Und den holen wir raus hier. Ja, Combat Infamy gibt's immerhin was. Man könnte noch ein paar billige rauslassen. Oh, das ist glaube ich keine Combat Infamy dann. Wenn ich halt zum Beispiel so billig so ein Trophio Homimus rauslasse. Die kämpfen ja nicht wirklich. Bisschen gemein ist das irgendwie schon. Ah, so ist es halt. Was haben wir denn hier? Oh, einen Kranken. Wir müssen auch ein bisschen kurz weiter forschen. Das sollte man nicht unterlassen. Tyrannosaurus Rex. Weil 50% sind wir schon. Ein Velociraptor. Das kann ich nicht machen. Ich kann keiner anderen. Die Lofo könnte ich reinlassen. Ich bin nicht ganz sicher. Wir können mal probieren, wie in die Lofo-Saurus. Ob das funktioniert zusammen. Erstmal kann der Struffi raus. Struffi. Struffi. Viel Spaß. Ja. Jetzt tut mir jetzt schon wieder leid. Oh. Der kommt gerade raus. Scheiße. Ich probiere mal einen Dilophosaurus. Gucken, wie das mit denen klappt. Den Velociraptor kann ich hier nicht reinlassen. Das ist zu gefährlich. Die reißen mir die Zäune sofort ein. Wo ist denn der Struffi hin? Ich mag dieses Kontrakt. Du solltest auch. Ja, ja. Alles gut. Ich kann eh noch ein paar neue Kontrakte. Noch einen Science-Kontrakt. Da habe ich noch irgendwas freizuschalten. Ich kann es nur gerade nachzupucken. Ich kann es nur gerade nachzupucken. 70%. Ich bin bei 38. Wenn ich so viele neue Gebäude habe. So, wo ist denn der Struffi hin? Da ist der Struffi. Der ist halt schnell. Oh, wie gemein das ist. Der rennt ja die ganze Zeit rum. Ich glaube, die kriegen ihn echt nicht so leicht. Aber ich baue für die nicht extra. Mal gucken, wie lange der Struffi eine Weile lebt, ob ich für den dann eine Futterstation baue. Der arme Struffi. Ein bisschen leid tut er mir jetzt schon. Na ja, ich würde als nächstes jetzt gucken, ob die Dilophosaurier hier drin mit den Ceratosauriern zurechtkommen. Dann hier ein bisschen weiter forschen, Expeditionen machen. Prachiosaurier und Tyrannosaurus rexen auf dem Weg. Und dann ein bisschen hier mit den Gebäuden schauen, dass da weitergeht. Wie immer genug zu tun. Und dann geht es um Goat' und opens und ends dann umатель. vor dem Restaurant zu da hin so screenw izitionen. So, wenn man das undProduce da hin wie 뭐 an,